Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich dein Instagram-Account per Handy richtig und dauerhaft löschen kannst. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuvor noch der Hinweis, die Anleitung für das Handy funktioniert am PC wirklich fast genauso, kann hierfür also auch ohne Probleme angewandt werden. Und laut Instagram ist das Löschen von einem Account leider nicht ohne deine Zugangsdaten möglich. Also wenn du das Passwort oder deinen Benutzernamen nicht hast, dann funktioniert das Ganze leider nicht. Das dauerhafte Löschen über unsere App hier ist natürlich auch möglich, jedoch von Instagram wirklich sehr, sehr schwer gemacht, da diese natürlich auch nicht wollen, dass du dein Konto jederzeit einfach so leicht löschen kannst. Doch hierfür gibt es noch einen kleinen Trick, mit dem das Ganze um einige schneller geht. Hierfür gibt es nämlich einen speziellen Link zur Verwaltungsseite von Instagram, den ich mal hier unter dem Video in die Videobeschreibung gepackt habe. Hierfür einfach rechts neben den Titel auf dieses kleine Dreieck drücken, dann öffnet sich auch schon die Videobeschreibung hier unten. Und dann einfach mal bei Löschlink den Link dahinter anklicken. Diesen habe ich jetzt gekürzt, dass er nicht so lange ist, deswegen schaut er ein bisschen anders aus. Und hier können wir weitermachen. Nun musst du dich nämlich mit dem Account anmelden, den du dann auch wirklich löschen möchtest. Also bei mir einfach auch fortfahren kann sein, dass du dich auch noch mit deinen Zugangsdaten hier anmelden musst. Und schon sind wir auf dieser Verwaltungsseite von Instagram. Und hier steht jetzt, warum möchtest du dein Konto löschen? Wir müssen also hier draufklicken und einen Grund noch angeben. Hier entweder etwas auswählen. Ich mache jetzt einfach ein anderer Grund. Das geht dir, finde ich, meiner Meinung nach nicht wirklich viel an. Und dann muss ich hier noch mein Passwort eingeben, um das Ganze aus sicherheitstechnischen Gründen natürlich nochmal zu bestätigen. Es gäbe hier unten drunter übrigens noch die Möglichkeit, wenn du dein Passwort wirklich vergessen hättest, dass dann ein neues Passwort zu dir an die E-Mail-Adresse geschickt wird. Bei mir ist das nicht der Fall. Deswegen gebe ich jetzt einmal meins ein. Danach meine Eingabe hier unten einmal bestätigen. Jetzt werde ich schon gefragt, ob ich wirklich sicher bin, dass ich mein Konto löschen möchte. Ja, ich bin mir sicher. Ich drücke also auf OK. Und jetzt könnte man entweder hier unten noch, wo gerade eben dieser Balken war, mein Konto dauerhaft löschen, draufklicken. Aber bei mir hat das natürlich jetzt auch so schon funktioniert. Und somit haben wir unser Instagram-Konto jetzt auch schon richtig über das Handy gelöscht. Bevor ich es vergesse, wenn dein Account trotzdem noch irgendwo auf der App angezeigt wird, dann am besten einmal die App löschen und nochmal neu herunterladen bzw. installieren. Dann sollte das Problem nämlich auch behoben sein. Wenn dein Smartphone jetzt schon etwas älter ist und du dir einfach ein neueres, hochwertiges mit einer stabilen Schutzhülle hier hinten dran zulegen möchtest, dann kann ich dir hier für Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markengestellung, aber relativ günstigen Preis. Und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst dich extra in ein Geschäft hier befahren. Wenn du dir also eins von diesen Ziel hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.